Hallo meine Lieben, hier zeige ich euch eine kleine Explosionsbox als Geschenk für meine Tochter. Innen drin ist eine kleine Goodiebox. Ich habe sie umfunktioniert für eine Halterung für einen Ring. Hier kann man Kärtchen rausziehen und hier der Geburtstagsgruß. Die Box hat eine Größe von 5 x 5 cm. Ich hoffe es hat euch gefallen und würde mich über ein Like oder ein Apo freuen. Einen schönen Tag noch. Ciao, Baba.